Ja, dann wollen wir mal weiterlegen. Oh, aber Mensch, was soll das denn? Also echt, naja gut, ähm, schnappen wir uns mal hier ein bisschen den roten Sand, den können wir gebrauchen. Oh, okay, orange Farbstoff, dafür brauchen wir wahrscheinlich eine Spritzhacke. Naja, wir schnappen uns jetzt mal die Erde. So, naja, roter Sand natürlich, ne? Roten Sand. Ist ja gut, wenn wir ihn jetzt schon haben, dann brauchen wir ihn nachher nicht mehr holen und, ja, wenn wir ihn jetzt haben, passt das ja. So, da oben noch. Oh, Schaufel kaputt, keine neue mehr. Naja, da brauchen wir uns eben schon eine. T, 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 da, ne, da. So, zack, zack, das war natürlich wieder keine Schaufel. Eine, aber, da brauchen wir vielleicht zwei. Ne, weil wir brauchen sowieso so ein bisschen was ab. So, und dann nehmen wir das Ding nämlich auch wieder mit. So, ouch, Mensch. Nehmen wir das noch mit. Ah, aber ich ziehe jetzt, glaube ich, mal dort ein Reihen, damit ich sehe, wie viel wir haben. So ist es besser. Weiß ich, weiß ich, wie viel wir brauchen müssen. Ein Stack wird erstmal lang. Da, 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 da. So, dies noch. Den nehmen wir auch noch mit. Dann sind wir ja fast fertig. Damit es wahrscheinlich echt mit der Spitze hat. Oh, genau 64 passt. Gut. Ja, dann sammeln wir uns jetzt noch ein bisschen den Ton ab. Wenn wir schon mal hier sind. Genau, das gleiche Spielchen sollte ich mir auch mal unten hinlegen, damit ich dann sehe, wie viel ich schon habe. Wie viel wir schon haben. Ja. Und weiter geht's. Es wird auch schon wieder langsam dunkel. Wir müssen ein bisschen uns sputen, damit wir noch vor der Dunkelheit hier fertig werden. Oh, schon mal die Hälfte geschafft. Die zwei nehmen wir auch noch mit. Oh, jetzt wird es echt langsam dunkel. Wir müssen uns so langsam mal hinlegen hier. Das ist ja... Oh, meine Mann. Oh, 50 noch ein paar. Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin auf jeden Fall. Oh, ist das dunkel. Ist das dunkel so noch zwei. Fertig. So, Bettchen. Nee, da. Zack. Und... Nein. Nein. Da hin sollten. So, diese sortieren. Äh... So, und dann starten, ja. Wir müssen ja erholt und frisch in die nächste Runde, der nächsten Tag. So. Das haben wir fertig, das ist halt wirklich. So. Das wollte ich ja nochmal nachgucken. Rucksack wahrscheinlich. Rucksack. Ah, das ist Baustraut. Keine Ahnung, was das sein soll. Hm. Warte mal. Egal. Rucksack. Rucksack. Großer Rucksack. Gegelbtes Leder. So. Und dann könnte man ja Faden machen und dann aus... Ach, Tropenbaumlaub. Tropenbaumlaub. Ah, dann... Genau. Dann fällt das also, wenn man das Laub von denen erntet, sozusagen. Dann geht man ja, okay, gut. Ne, dann ist das ja, das ist ja gut zu wissen. Das ist ja gut zu wissen. Da muss man das einfach mal machen. Aber, jetzt verstehe ich das. Jetzt halt eben Tropenlaub. Ne, Baumlaub von tropischen Pflanzen, halt klar. Logisch, logisch. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dann sich Faden zu machen. So. Ja. So sind wir mal weiter. Schwennen wir mal darüber. Na, wir nehmen aber nicht das Boot raus. Das ist, äh... Zu kurz der Weg dafür. Also, das muss doch nicht sein. Machen wir lieber so. Dann hoffe ich, wir lassen wir mal bald endlich mal unser Zuhause finden. Dauert schon ganz schön lange. Wir sollen auch langsam was anderes erleben. Wir wollen ja auch mal langsam auch mal in den Minerei. Irgendwas anderes aufbauen. Landwirtschaft machen. Soll ja auch noch alles kommen. Ja, vielleicht finde ich ja irgendwann, hoffe ich mal bald mal eine Siedlung. Das ist halt hier auch super. So, mal gucken. Seppling. Bisschen Setzling. Oder fällt hier schon dieses Tupupupupup. Aber scheint nicht so. Auf jeden Fall ein Setzling. Und da haben wir den. Nehmen wir auch mit. Warum nicht? Wenn wir irgendwann sowieso Bäume pflanzen müssen. Nehmen wir den einfach mit. So. Zap, zap, zap. Äh, ja. Wir müssen jetzt da hoch. Wirkenholz. Oh, ein braunischer Schaf. Hallo. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Oh. Zack, zack. Unhub, unhub. Oh. Oh. Äpfel. Oder was ist das? Ne. Ich habe hier mal was zu essen. Yum, yum. So, mitgenommen. Oh. Oh. Man kriegt ja wieder keine Samen raus. Schade. Schade. Gibt es also keinen extra Baum dafür. Na ja, gut. Macht ja nichts. Kann man halt nicht, man kann nicht alles haben. So, dann noch mal weiter in die Richtung. Pöp, 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 pöp. Und da runter. So. Äh, was wird da? Oh, noch mehr. Her damit, her damit. Ich habe gut gebrochen. Warten, wenn wir irgendwann mal die Melonen ausgehen. Ne? Dann haben wir das jedenfalls noch. Ha! Noch mehr. Und. Yum, yum. Herr, her. Oh, da ist noch einer. So. Das erlebt mir hier schon fast wieder die Orientierung. Voll oder Bäumen. Äh, ich hoffe, ich glaube richtig. Äh, was ist das? Das, das, was hat das? Oh, 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 oh. Vorsicht, Vorsicht. Äh, okay. Ja. Ja, okay. Mhm. Ja, gut. Ach. Dödes Loch da. So, wo ist denn die Erde? Da ist sie. Schauen wir das Bett mal weg. Und hopp. Oh. Aha. Okay. Das sieht aus wie eine Arena. Das ist doch sehr interessant. Hm. Naja, gut. Warum nicht? Aha. Oh. Ach. Ich Idiot. Toll. Mann. Aber ist ja lustig. Okay. Na gut, aber. Äh. Naja, gut. Irgendwie müssen wir hier... Ach, ja. Genauso sollte das natürlich. Genauso. Okay, gut. Das, aber... Äh. Es langt nicht. Okay, gut. Ähm. Dann nehmen wir nochmal das. Zack. Und... Ja, das sieht ja schon interessant aus. Ähm. Aber warum ist das hier im... Nirgendwo ein... Generiert einfach so? Na? Weil... Naja, okay. Dann haben wir auch schon wieder so einen Zauberbaum, der ohne Stamm wachsen kann. Schon, aber nicht mit der Erde verbunden. Hm. Seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. Ja. Okay. Na. Na ihr Schweinchen? Kommt ihr doch nicht runter? Mann, Mann, Mann. Wir haben Schweine. So. Oh. Oh. Schwarzes Granit? Ja. Ich denke mal... Ja. Ich denke mal, solange wir hier sind, gerade, nehmen wir was mit davon. Warum nicht? Sammeln wir es einfach mal. So. Wir haben jetzt halt die Zeit dafür. Also, warum nicht? Machen wir es so einfach. Nehmen wir mal mit jetzt. So, jetzt muss ich aber eine neue Hacke bauen, weil natürlich die alte kaputt gegangen ist. So, eins, zwei. Nein. Du, 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 du. Dahin. So. Und dann nehmen wir uns zwei Stück mit. Dann wollen wir gleich wieder was machen. Und, ähm. Na ja, stimmt. Der leere Platz ist ja. Stimmt. So. Nein. Ein Rucksack. Das kommt dahin. Zack, zack, zack. Ein bisschen Platz machen. Ja. Ja. Kakao. Kann auch da rein. Sand und Treibsand. Ja. Kommt auch da rein. Genau. So. Machen wir ein bisschen Platz gleich. Den wollen wir ja sammeln. Jo. Das passt, denke ich mal. So. Nochmal hier ran. Das haben wir. Dann können wir die auch wieder mitnehmen, die Kiste. Nicht vergessen. Ganz wichtig. So. Dann haben wir ein bisschen weiter. Na. Ach, wir hatten aber von vornherein eigentlich doch noch ruhig mal den schwarzen Granit reinpacken können. Damit, das ist leider, damit wir gleich ziemlich viel haben. So. So. Schlimmer 14. Äh, wenn wir noch ein bisschen dauern. Aber dann haben wir den schon mal. Dann brauchen wir uns ja ja nicht so darum kümmern. Wenn es fertig ist, ist es fertig. Dann ist es eigentlich ganz gut. Dann gehen wir jetzt noch mal zwei rein nach oben. Dann, denke ich mal, müsste das wahrscheinlich lang. Okay. Und zack. Aha. Okay. Ist das Kohle? Ist das Kohle? Ja, tatsächlich. Kohle. Na gut, nehmen wir mit. Weil er auf dem Weg ist, nehmen wir mit. Passt doch. Ist auch okay. hier rauf da, zack, da ist auch noch einer bin ich froh, wenn wir irgendwann Eisenwerkzeug haben aber, das ist alles mit der Geduld, alles mit der Ruhe wir haben es ja nicht so eilig, alles so 53, 54 50, noch 10, äh ich hoffe mal, dass die letzte Reihe hier langt, aber ich denke mal 62, 63 und noch der, passt, 64, super ja, packen wir direkt mal die Tasche rein, es ist weg so, und dann geht es weiter gehen wir mal da hoch, wo sich das Schaf so freut sieht doch gut aus naja, das war so gewollt, das war so gewollt ach, komm, rauf da jetzt, Mensch nochmal schwarzer Kranich, na gut, aber dennoch da hoch, da längs ok guck mal mal hm was ist das, oh, das sieht schon wieder aus wie Eis wie Schnee, nein, 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 da will ich doch nicht hin natürlich doch gar nicht naja, erstmal runter hier, hopps, hopps oh, ich muss was essen naja, essen wir erstmal was naja, essen wir erstmal was so ah, sieht interessant aus, aber naja, gucken wo wir uns längs wo wir gleich längs laufen wo wir gleich längs laufen zack, zack, zack woho dimdi 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 dim ja das sieht doch gut aus oh, oh, noch mehr, noch mehr Essen yum, 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 so, da sind wir schon wieder zu dunkel hier wir sollten uns nochmal hinlegen nochmal das Bett nehmen zack und und ja jetzt schlafen aha schon mal gut so da bist du dich habe ich die ganze Nacht gehört ja, ja hast mich gar nicht schlafen lassen noch ein bisschen Lava schön dann laufen wir jetzt aber nicht längs oh, oh, oh jam jam auch gleich wieder mitnehmen hier Essen ist essen oh, ah, brauchen wir sich so so, dann wollen wir doch mal weiter dann oh allo da ist ja noch tatsächlich gerade eben die Aufnahme abgeschmiert naja wir machen jetzt ganz normal weiter so schauen wir doch mal oh da kommt wieder Eis oder Schnee, eher gesagt das ist nicht schön ach Schnee ein Schneebio naja davon habe ich schon so viel das suche ich gar nicht das ist etwas ganz ganz anderes naja, wir wollen eigentlich ganz woanders hin na gut wir laufen jetzt wieder mal durch vielleicht sehen wir von da oben aus ein bisschen besser da ist normaler Wald wieder da ist normaler Wald wieder oh das sieht aber jetzt nicht so groß aus ja wenn jetzt aber in die Richtung laufen da geht die Sonne an da geht die Sonne an wir laufen jetzt noch hier längs jetzt so das sieht auch schon ganz anders aus so ein großer Baum wie einfach so ja ja gut aber ist ja kein Problem wir laufen jetzt noch hier ein bisschen weiter also schwein schön ja ja gehen wir mal hier runter ah Kürbisse Kürbisse hatten wir nicht schon mal Kürbisse ich habe schon Kürbisse die Hunden hatten wir hier weggeworfen naja erstmal mitnehmen so können wir mal nachschauen in die Stosche die Kürbisse da nicht ah doch da haben wir sie wenn wir gleich zack die rein hatten dann passt das doch nehmen wir gleich mal mit hops hops hopp hops hops wir gehen hier hoch zack oh 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 ja gut passt waaa so gewollt so zack hoch hier geht es schon wieder los mit Wasser glaub mal ein bisschen höher okaay ah was ist das denn da Bis zum nächsten Mal.